Hallo, da sind wir wieder. Wie es hat mit funktioniert, dass man kann. Wenn ich einfach mal einsetzen möchte. Einfach, weil es geht, dieses wundervolle, schöne Kastemodell zu würdigen. So. Ich muss hier nochmal rein, wegen Iridium, mein ich. Da war doch noch was, oder? Ja, Iridium. Wenn man jetzt hier hätte, wäre ich es mitgenommen, aber, okay. Nötige Chemikal, Iridium. Bist du nicht, Iridium? Energie erschöpft. Seltsam. Security System online. Ähm, ist das jetzt ein Glitch, oder irgendwas? Kann man noch eine andere Rede, um es zu ausprobieren? Nein, natürlich nicht. Ja gut, dann kann ich das Spinneran eigentlich auch hier lassen. Nimmt den Platz weg. Ja, wieder eine Sorge weniger, ne? Gut. Gut. Ich lasse dich mal in Ruhe. Äh, da ist man auf den, und... Ja genau, da wäre noch ein Spinneran gewesen. Äh, Orientierung... Karte. Vielleicht sollte ich das nicht im Flur machen. Und ich habe ihre Medikamente. Ich versetze. Oh. Also, Science bin ich jetzt. Da, Science. Und ich muss... Äh, zum Fahrstuhl. Da ist der Elevator. Okay, also einfach geradeaus durch. Okay. Sehen, schon praktisch. Nein, nicht da lang. Das ist auch nicht da lang. Gegen üblichen Seiten. Dein Nicole, genau. Mein, ich war das doch, oder? Ja. Hier war der Fahrstuhl. Und wir mussten zu Deck... Zeh... Mein' ich doch. Bin ich mir quasi sicher. Dann haben wir eine volle Fahrstuhlmusik. Okay, dann kann ich das ja. Wenn es schon gespeichert hat, dann sollen wir das recht sein. Guten Tag, Deck C. Weiß mehr? Vielleicht? Okay, also darf ich jetzt zu Deck A runter? Mach ich aber nicht. Ich bin mal erst angekommen. Ich bleib jetzt auch hier. Erstmal. Ja, ja, ja. Nein. Ach, wenn ich herkommen will, dann gehe ich halt weg. So. Medical, medical klingt gut. Haben wir eine QBR? Nein, aber ein Plantat. Das bringt mir nicht viel. Äh, da war aber noch ein S-Upgrade drin, eigentlich. Glaubt mir, sonst ist immer gut. Ich kann eigentlich standardmäßig mal auf... Äh, was war das? B, ja. Aber P-Signal-Scheiden, so viele Druiden wie mir anscheinend bezweichern werden. Ich hätte gerne den Nackabschaden erhöht. Dankeschön. Und die sind aber beide nicht vollständig. Das ist doof. Das ist ziemlich doof. Energie erschaffen. Einfach, weil... Ich hab's ja. Äh, Kamera. Ui, das wird schwierig. No risk, no fun oder sowas in der Richtung. So, hier geht's runter. Na, schade. Wenn der Sonke erstmal einen Blick hochwerfen kann, gut, dann geht es hier hoch. Hm. Oder auch nicht. Da fällt, das brauche ich. Bridge Access. Okay. Ähm. Oh. Jetzt springen wir aber. Das mag mir aber nicht gefallen. Ey, böse, aus. Na, ist er da. Äh. Springlarven sind jetzt wirklich nicht ganz so optimal. Ich rewired die Security Code auf der Experimental Full Containment Area Und dann geht's. Und dann geht's. Eighty eight zero zero nine. Ich glaube, ich glaube, das muss nichts mehr vertreten. Ist ja nicht so gut. Wir enden tot, wenn wir etwas drastisch machen. Gut. War ich hier schon? Ja, war ich schon. Okay. Es sind halt so gleich aus, die Suche immer. Also... UNN-Standards. Baracken. Baracken sind gut. Auf einem leichteren Raum liegen. Scherbe. Dafür brauche ich Forschen auf. Vier. Äh, ich denke eher weniger. Was ist hier? Tech. Research. Na, eher unwahrscheinlich. Nichts sagen höchst unwahrscheinlich, dass das noch was wird. Ich höre, dich sehe ich. Hallo, später. Ja, 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 ja. Kein Stress. Alles erledigt. So. Oh. Äh, was steht da oben? Wird vielleicht drauf springen? So. Äh, Miss February. Irgendwas, irgendwas of the month. Oh, keine Ahnung. Ist bestimmt irgendeine Anspielung, die ich wieder mal nicht raffe. Weil ich so unglaublich ungebildet bin, wenn es um... ... Sachen geht, die so ziemlich jeder... ... im System Shock Fandom in- und auswendig kennt. Hallo, Locke. Ja. Hawkins ist jetzt nützlich. Er hat den Bridge-Axis zu allen, aber sich selbst blockiert... ... und ist brengt Gott-knows-what da oben. Mal in eine Zeit bekommen wir straight Transmissions... ... aber es scheint nicht so, dass unsere SOS noch rauskommt. Es sieht aus, dass es nun weder Glück oder Tod ist. Ich hoffe, dass unser R-Grade-Cyber-Soldier... ... aus Stil gemacht wird, weil diese Worm-Thinge sind Business. Das macht mich wunderschön, warum ich jetzt noch ein Worm-Thinge... Sicherer System online. Hawkins, der... Naja... Oh. Hi. Hehe. FB. Geht Antipersonen überhaupt auf das... Ach, genau. Affen schon. Kommt jetzt hier... ... dass das Ziel durch... Okay. Verschieben wir das auf später. Dann hoffe ich lässt der mich jetzt in Ruhe hier. Naja, komm. Wir haben zwei Medikits, wir können es uns leisten. Naja, scheinbar ich auch in Ruhe zu lassen. Gut. 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 Ach, boah. Nein. Nein, 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 nein. Überaus böse. Überaus böse. Tut mir leid, aber ich will nicht sehen, wo Sie sind. Jetzt weißt du auch gar nicht. Hier. Gut, ich speichere doch so, nächstes Mal früher. Ich meinte nicht, ich speichere einen Laden. Ah! Nein. Böse. Aus. Was mach ich jetzt mit dem Reaver da draußen? Vorsichtig, nicht, dass die Tür aufgeht. Ich will jetzt auch nichts von Interessen machen. Orangensaft, super. Aber... ...hilft mir jetzt nicht so unglaublich viel. Ich kann ein bisschen diskutieren. So, sieht schon gleich besser aus. Äh... Tja. Schild aktiviert. Niemand... ...Juronimo? Hi. Hm. Hier. Was ist noch eins? Ah. Ne, ich muss über den Tisch drüber. Danke. Ich kann Stämme da vernichten. Ja, ja, ja. Ich bin völlig, ich weiß. Gut. Also irgendwie hab ich diese Person dann wohl hoffentlich doch gerettet. Fähig dich. Von hier aus. Schild deaktiviert. Gut. Mit Larven. Mit Larven komm ich noch halbwegs klar. Wenn sie mich nie anspringen. Super. Ähm... Ne? Danke, aber... Wirklich nicht. Nein. Ich hatte einen schönen Traum. Ein Wurm kam. Ein Wurm kam mir und sprach in den Kopf. Ich fühle mich ein Tänk und k so, ich habe mich geholfen. Mein Wurm Freund liebt mich. Er will mich als ich ein Teil eines Großes. Er meinteigend wie ein Wurm. Ich habe ihn mit ihm und dann er hat ihn auf mich. Ich habe mich dörert. Aber gleichzeitig fühlte ich wieder neu und voll von Uniti. Ich kann jetzt fliegen, jetzt, jetzt. So schön und hervorragend. Ich hab's denn gut für zwischendurch. Großen Bogen da rummachen. Laramie brauch ich nicht. Lust auf die Laramie? Ja, das ist eine Laramie. Ach! Ach, komm! Ach, komm! Wirklich. Schild aktiviert. Anscheinend passiert hier grad nichts. Ha 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 ha. Liegt's an mir oder ist das unglaublich ineffizient geworden gerade? Schild deaktiviert. Auf die Brücke komme ich nicht. Der Map-Bare war ich beim Captain. Ich auch. Gut, ich glaube in einer von den Baracken war ich noch nicht, aber... Das soll mir jetzt ziemlich egal sein, wenn hier ein verdammter Reaver durchgegeben fliegt. Ei. Mir egal, mir egal. Mir absolut egal. So, hier raus. Wir können mich alle mal ganz toll gern haben hier oben. Ich bin weg. Geht's ja nicht. Durchatmen. Ich hoffe, es ist hier was einfacher. Hallo. So, hier raus. Hier raus. Hier raus. Hier raus. Hier raus. Das sind komische Geräusche hier. Sehr komische Geräusche. Wir retten euch nicht. Hallo. Eigentlich Musik. Ja. Super schön. Aber vielleicht bleibe ich trotzdem lieber bei meiner Wrench. Wrench und Co. Ja, da brauche ich gar keine Rekale zu, die ich nicht habe, ne? Ja. Dich habe ich gesehen und ich hätte dich gerne. Was haben denn hier Schönes? Ein Lock. Okay. This place is like my worst nightmare. I saw Rick, but he was changed. He had some hideous, speed, intestine, what do you think, curling into his head? He attacked me, but I got away and hit down here. I hope this access battle is functioning because I need to get useless security turrets back online or I'll never make it out here alive. Jo, ist wohl nichts raus geworden. Ah, hier komme ich nicht durch. Okay, aber Engine Core. Das ist schon mal gut. Sehe ich da irgendwas Bedrohliches zwischen Gittersterben? Glaub nicht wirklich. Die Textur ist aber auch noch sehr verwaschen hier. Ja, der kann hier alles haben. Ich habe gesagt, dass ein SCP-Gefixt ist. Ich habe SCP-Homenzahn nicht drauf. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Sehe ich, habe ich schon. Alles gut. Und das Next wird zwischendurch. Granaten brauche ich nicht. Ich habe keinen Granaten mehr vorbei. So. Oh. Stärke, Ausdauer, Psy-Wendigkeit. Hm. Stärke wäre schon schöner. Da brauche ich mehr für. Nein, Ausdauer. Warum auch nicht. Reicht ja. Apropos Ausdauer, genau. QBA. Oder irgendwas Vergleichbares. Medical, medical. War nicht so. Aber super. Einfach mal weil. Security System. Offline. 2, 1, Risiko. Hi. Energierüstung. Ja, das macht mir gefallen. Und das ist normale. Normale habe ich auch schon. So kann ich die Energierüstung tragen. Ja. Gar nicht sogar. Äh, ich habe sieben Batterien. Das gibt mir 50 Verteidigungen. Standard gab mir 30. Jo. Lass uns dabei. Was mache ich denn auf? Über 100 laden kann. Also lohnt sich's doppelt. Oh. I don't know why the last person let the engine access card. So I'm headed over to utility storage 5 to get a spare. I should hope I don't want the direct in the hallway again. He never stops telling those stupid stories and I am so sick. Hearing about it. Oh, well, I don't know if you're going. Und besonders würde Rick mehr machen, als dem nur Geschichten erzählen. Hi. Ich mache Hack 4. Okay. Aber wenigstens tust mir nichts. Das ist doch nochmal ein großes Plus. Das ist super. Das ist super. Nicht ganz so super und ich würde gerne hier runter. Dann haltet ihr. Tschüss. So. War es das jetzt wert? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Man sollte es auch. Smartering Unit. Okay. Kein Kommentar dazu. Man sollte es durch den Abkommen. Wo ich doch gerade schon mal dabei bin. Klar verstanden. Naja, muss da auch mal kommen. Ey. Nun ja. Macht es auch wieder noch interessanter. Ne? Ja, ich glaube, jetzt grabe ich einfach wirklich mal auf meine Pistole zurück. Hab ja mehr als genug AP Munition. Was war das? Na klar, das ist der Schrei von... Das ist der Schrei von... Moment, Moment. Moment. Ich kann dich nicht hören. Ich muss warten. Oh mein... Look, I'm going to come at you straight. I want to get out of here alive. I imagine you could do as well, versus to the planet. I get up here to get to me. It's my Chang's log. Down there on Decade, he has some experimental fuel locked up. What I want to do, you get that fuel, you come up here, you're going to fuel up the escape pod with it. On the scanners, I'm picking up a new ride, you're going to have that fuel. You should be able to make it, but you should just get that fuel. Warum erzählst du mir alles zweimal? Nein, ich will keine geraten, danke. Okay, was war der Code nochmal? Let's see, SkittyWild. 1-1, it's a security car, don't take experimental fuel. Okay, thank you. Okay. Open the wrong door. This is Oxbridge, okay. It was the wrong door, yes. I believe at least. 2-1, it's a fire. War das hier? Ach komm. Ich sollte aufhören zu hacken, denke ich. Und vor allem, wenn ich immer jetzt nur... Ah! Ich bin so unkonzentig. Verdammt nochmal unkonzentriert. Okay, ich bin schon raus. Ich bin so weit gefährdet. Ja, lass mich halt einfach mal in Ruhe zu. Gibt's hier irgendwo ein bisschen Platz zum... ...dich hinkauern. Ja, der Aufzug. Ja, der Aufzug. Der Aufzug klingt gut. Manche Musik, so. Gut. Damit her, das ist erledigt. Und ich hoffe mal, dass wir nächstes Mal ein bisschen was mehr Glück haben. Und vor allem nicht ganz so... ...grenzdebil durch die Gegend hacken. Nicht wahr? Also bis dahin.